malzeit liebe leute und herzlich willkommen zurück zur weiteren folge lego star wars die skywalker saga wir sind auf dem weg nach kachik und sollen da den woogies ein bisschen helfen aber erst mal machen wir hier im orbit ein bisschen klar schiff oder so wir ziehen noch ein bisschen los irgendwie treffen wir hier nicht wir müssen wir doch mal treffen hier hallo umdrehen was ist denn hier hinten wie sie sich hier umdrehen warte mal wir werden beschossen für schießt da er macht das was ist hier los du schießt nicht mehr mein freund hallo krass wie wendlich diese karre ist dann noch mehr von euch zeig mal her wir werden angepeilt oder noch vor die krassen raketen eigentlich da die funktionieren ja super hat er jetzt hier macht hat er es automatisch umgedreht sind wir zu dicht ran geflogen jetzt sag mal her hallo ja er dreht automatisch um ok alles klar ich verstehe hier denn vollgas wir werden von hinten beschossen ich möchte das nicht wie oft damit man kann die übelst klein rumrangieren bitte kamera klack klack jetzt erst mal auseinander warte ich würde gerne zu hallo damit hört ihr bitte auf ja das ist das zeichen zum umdrehen weil wir zu dicht dran sind aber ich will die da weg machen ich habe aber das gefühl ich glaube die spawnen immer wieder neu oder ja hallo ok so dann machen wir uns mal auf den weg zu dem asteroiden da vorne ich will nämlich da er hört auf mich anzuschießen komm wir weichen aus wir sind voll cool das spitze ich ganz schön zu die ganze schichte ist nicht so cool warte mal was ist wenn wir hart umdrehen Aua Aua, wir werden ja von allen seiten angeschossen, was soll denn das? und dann geben wir mal ein bisschen gas und fliegen dahin ich will den kaputt machen und dann machen wir was was soll denn ja weil irgendwie nimmt das hier kein ende ist nicht nett wenn wir gejagt werden ich mag das nicht, hör auf damit das ist ja wohl nicht mehr alle, wa? sag mal und hier noch mehr ohne fahrstellen? kommt alle her bis dahinten? ok, ey kriegen wir dafür eigentlich punkte? bin mir ja nicht so sicher ach der ist so weit weggekappt der fliegt immer weiter weg von uns jetzt kommen wir der sache doch dichter, genau ja ja sehr gut, das war ein kyberkristall, 5 sogar ehre warte mal, wo müssen wir jetzt hin? was ist denn hier? da ne warte mal um die story weiter zu führen müssen wir nach da und abflug ja, wir landen jetzt auf Kachik hier sind die Wookies am Start, glaube ich wenn mich nicht alle täuscht na jetzt geht nämlich die Schlacht gegen die Klonarmee los schauen wir mal könnte interessant werden ich hab Bock Kachik, ching ching, speichern, wir landen Hallo Kachik Kachik Kachiro krass das ist richtig das Schlachtfeld hier sind wir jetzt hier oder? erbittert diese Schlacht ist die Wookies retten und neu formieren die uns müssen ja ja ok dann wollen wir mal mit den euren kleinen Wurzelgnomen hier erstmal aufräumen krass, der kann die Coinsclay alle so einsammeln dann ist Yoda ein krasser Typ auf jeden Fall ja können wir mit dem Ding fahren wir können auf jeden Fall nicht kaputt machen ok so, wir können den Strand aber erstmal beräumen und säubern weil das soll sich schon lohnen auf jeden Fall oder? oh, kommt hier wird angelatscht? was große? nö das sind Bombeneinschläge oder? boah der heule Fuki hat mich grad übelst erschreckt dahinter sag mal hier liegt aber ganz schön viel Krempel rum ich sag dir da unten ist auch noch so viel warte mal das fängt an zu blinken und das weg ne schnell einpacken sooo die Niveau noch mit hier hinten ist noch mehr ja ist hier was versteckt warte mal ö ein Roster aus der Pampe ihr könnt mir vorstellen dass hier ein blauer versteckt wäre oder so mal gucken da hinten ist wieder ein Rätsel ne da sind wieder so ne roten Steine aber hier ist echt allerhand Zeug Wahnsinn was sind die Liegestühle wie cool sehr cool so und so dann nehmen wir die mal mit und auch die die noch kaputt so hier ist auch noch was hier ist viel ne krass wie weit wollen wir hier gehen sag mal wir entfernen uns gerade richtig doll von dem was wir eigentlich machen sollen oder so aber hier sind so Coins ich hab da mal Bock drauf die einzusammeln ich will jetzt die Dinger heißen eigentlich Stats aber wir nennen die Coins so katsching noch mehr wir haben in den anderen Folgen sehr sehr wenig gesammelt das müssen wir jetzt wieder irgendwie ausgleichen und kompensieren ich hab die Befürchtung wir bewegen uns so weit von der ganzen Schicht immer weg hier wenn wir zurück kommen spawnt alles neu oh der Strand muss von Müll befreit werden ja die Weltmeere sind alle verkeimt deswegen wir müssen unseren Beitrag leisten so und der kleine Wurzelgnome der hat ja anscheinend Bock darauf so dann werden wir mal der Mission Folge leisten und das tun was das Spiel von uns möchte oder auch nicht wir gehen erstmal hier gucken hier wird Schafe schossen Pjong die Geräusche sind krass von denen die Schützen ja ist schon ein bisschen cool auf jeden Fall hier ist ja voll ab okay können wir die kaputt machen jo wir können jetzt zerlegen da eine Barriere so wie so ein so ein Panzerbrecher eine Panzersperre oder so kann nicht sein krasser Kampf hier der erste feinkontakt hier passiert ja nicht so viel wie ich dachte warte mal wenn wir bauen dann kriegen wir da neue Coins dafür ja klar Baueraufwand reißen die da kriegst du Coins immer wieder so okay befreit junge komm raus jetzt sieht aber auch aussieht aber könnt ihr alle nicht aufräumen das ist ja schrecklich gesettet so dann werden wir mal hier lang pesen und hier mal ein bisschen was einsammeln dabei oh und man da hinten ist doch bestimmt wichtig oder warte uch das war aber knapp hey nicht vor der Nase das macht man nicht und hier Pilztische ja krass wir können alles kaputt machen hallo wahnsinn wahnsinn oh gott wie lange man sich hier aufhalten kann schon wieder die map ist auch wieder riesig hier ne geil so siehst du wohl so macht man sich die Taschen voll hier ist so viel warte mal komm wir hier hoch ja klar erstmal hoch kann man hier noch mehr machen nee das wartet oder krass aber hier wird scharf geschossen so dann bauen wir die Tür auch nochmal zusammen die ist ja da sprudeln die Funken super dann rollen wir den Dreck hier noch weg und dann haben wir hier noch Pilze auf dem Top so die Klümpert wie zerschlagen Porzellan geil so dann machen wir mal weiter ha der nächste ist da oben oh jetzt haben wir die ne warte mal da laut Karte geht es hier oben hoch hey komm her Junge noch einer ohne Fahrschein nö doch du da so der Wookie ist auch frei sehr schön dann machen wir den Müll noch beiseite warte mal irgendwas können wir wieder bauen die Barrieren ne jawoll und coins ihre wo soll das hin die vorne wieder ja ah die Wookie müssen ja schon einstecken komm her Junge warte mein äh wo war das der rote Punkt rette den Wookie vor den Druiden jawohl wir gehen da hinten hin hier sind mehr Druiden hier sollen wir alle weg machen ich eile ja ja joda hat einen sehr großen Wortschritt aber wir sahen hier ordentlich ab ja warte mal Wir sollen das Ding benutzen, ne? Hehehehe. Komm mich. Ich wollte weiter ballern, Mann. Na gut. Den nehmen wir da hoch. Gut, absteigen. Und bauen wir das hier wieder zusammen. Siehste. Nur dann haben wir den Strand doch fast sauber bekommen. Super. Ein bisschen geballert wird hier aber noch. Den räumen wir aber. Jetzt ist es nicht alles weg. Komm, wir gehen weiter. Wir müssen jetzt zu Chewbacca, oder? Ist das eigentlich der Anführer von den Jungs hier? Ich weiß es ja nicht so genau. Komm, wir flattern mal hier schnell den Sandweg entlang. Der Ruder hat aber schnelle Bene dafür, dass sie so verdammt kurz sind, oder? So, dann nehmen wir noch mit. Rollen wir den Schrott auch noch beiseite. Aber haben sie echt schön hier. Also, auf Kachi kann sich das ausgehalten werden, denke ich, glaube ich. So. Was kann sich das ausgehalten werden? Ja, kann man aushalten. Ihr wisst, wie ich das meine. Baumstamm-Yoga. Hallo. Küba. Ka-ching. So. Und jetzt? Oh. Ein Lilana. Gefunden. Ich habe ihn in meine Tasche gesteckt. Er ist. So. Geht es nicht wirklich weiter? Dann können wir hier zurückflitzen, oder? Okay, das hat sich gelohnt. Der Lila, ne? War cool. Yoda! Nein, tu es nicht. Fall doch nicht runter. Nutze die Macht. Mit bedacht. So. Okay, wir sind wieder auf Kurs, ne? Dobia. So. Also, glaube ich. Jetzt spielt es andere Meinung. Eine. Oh. Haben wir was? Guck mal. Hoppala. Ideale Pilze. Substanzen? Das geht nicht. So, wir machen uns erstmal ordentlich schön die Taschen voll, ne? So, wie sich das gehört. Was ist hier unten los? Wo soll das hin? Hä? Warte mal. Ist das ein Haupt- oder ein Nebenrätsel? Rede mit Wookie in der Kommandozentrale auf Katschik. Jo, na, nehmen wir mal weiter. Ne, wir machen jetzt hier die ganzen Rätsel nicht, ne? Das war für später. Wie gesagt, die Hauptstory, die ist jetzt, äh, der Hauptaugenmerk, oh, den nehmen wir natürlich mit. Und die ganzen Nebendinger, ja, komm, ne? Das reicht natürlich schon, wenn wir hier alles irgendwie zu Klump hauen und da die ganzen Stats und Coins einsammeln. Die haben sich hier aber versteckt. Mann, Mann. So. Offenweise die Rödel und die Lumpe hier drin schleppt in die Höhle. Die hatte da einen Schrotthaufen. Was sind denn das eigentlich für Dinger? Können die heute? Ne, außer rumstehen. Gut. So, dann nehmen wir hier mal weiter hoch. Müssen wir jetzt aber langsamer da sein, oder? Ne Kommandozentrale. Och, die sind noch mehr Müll. Müll, 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 Müll. Wir räumen hier auf. Krass, Mann. Wie weitläufig der Tische wieder ist. Wo sind wir jetzt hier schon wieder? Ach, Gott, hier ist das nächste Rätsel, oder? Hör mir auf. Da vorne sägt irgendwie Küberkristalle. Du bist auch ein blauer. Den nehmen wir natürlich mit. Ist ja logisch. So. Siehst du, die Tür hochspringen hat sich hier auf jeden Fall schon mal gelohnt. Sehr schön. Dann wollen wir mal. Der alte Mann mit seine Knochen, ne? Der jaucht ist schon richtig. So, hier lang. Wird der uns am Strand noch geschossen, oder haben wir die geschafft? Jo. Yoda. Kaching, kaching. Hm. Ah, ja. Okay. Na, warte mal. Packen wir mal auf den Tisch hier, oder? Sehr cool. Also, den Küber, das ist ja leichte Beute. Also, wenn wir den jetzt nicht kriegen sollten, das wäre ja echt ein Unding. Hier war da noch einer. Da vorne. Greif ich zu, Junge. Nimm mit hoch hier rüber. Dreh die Kamera, sonst sehe ich hier nischt. Und hoch. Und bis runter. Und so. Okay. Reicht jetzt schon. Mal gucken. Vielleicht kommen wir da ran. Ich sprung. Alle hopps, 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 flops. Ja. Unter der Baumdecke. Siehst du wohl? So, jetzt können wir alles auseinanderbauen hier. Ja, soviel zum Thema. Wir machen nichts nebenbei. Da haben wir aber ordentlich nochmal abgesahnt hier. Ich meine, jetzt kommt der weiß wirklich einfach. So, dann wollen wir mal mit dem Quatschen, ha? Warte, halt, stopp. Jetzt sind wir bereit. Schauen wir mal. Jetzt müssen wir die Wookies, aber... Die Zeit ist gekommen. Für die Order 67. Hallo? Ja, mein Laut. Nein. Nein. Nicht 67. Order 66. Für die Order 66 aus. Findet geil. Das war Zeitnamen, obi-wan, ne? Oder 66. Wie ihr wünscht, mein Lord. So, jetzt greifen die Klon-Trupper oder Klon-Truppen Jedi an. Kloppe Reib vorsteht. Für die Order 66 aus. Blup. Blup. Dann haben wir den Helm runtergehauen. Das ist ja noch mehr. Ja. Dann nimmt sie doch, greift doch zu. So, blup. Dann zu der Rettungskapsel, die wir müssen. Bleibt locker, hier ist ja noch irgendwo in, oder? Da. Lüster weg. Okay. Ja, hier liegt Zeug rum, außerdem wie ich, der hätte war da verhindern. Und der ist auch kaputt. Siehste. Okay, das ist ein Bombenwürfel. Dann sehen die oftmals anders aus, alles klar. Ja, so, wir machen die Taschen wieder voll. Oh, der hat aber ordentlich verteilt hier. Das ist wie der Niffler von, von, von Dings hier. Fantastische Tierwesen. Der hat aber ordentlich was im Sack, doch. Okay. Das hätte uns im Kampf gerade echt genutzt, oder? Blubik? Nun denn, wir haben die Plattform freigeräumt, dann pfeifen wir ab. Okay. Wir haben da einfach mit dem Laserschwert gemacht, geht ja auch. So, jetzt müssen wir wieder den Taschenlampentrick anwenden hier. Stellen wir uns erstmal ein Fenster hier in die Tür. Deine Taschenlampe brennt, schöne Fenster in die Wand rein. So, guck. Tada, ich habe gemacht. Ich bin jetzt ein Salat hier entfernt. Was ist hier noch? Sie will dann ein extra Ding, ne? Warte mal. Können wir mit dem hier nicht so Sachen machen? Bestimmt. Dann machen wir mal das Rätsel noch schnell mit hier. Vielleicht kriegen wir hier, ähm, ein Minikit oder so weit. Warte mal gucken. Wäre natürlich ganz cool. So, entkomme von Katschik. Dann schauen wir mal. Äh, wollen wir hier hoch? Ja, oh. Kommen wir hier mal hier hoch. Oh. Sind wir jetzt hier auf der Lande? Ich glaube, wir haben gerade richtig Coins verloren, oder? Doch, ich bin ein Unerwicht, ja? Guck mal, das Herz will ich hab. Hm? Hier ist Ruhe. Äh. Wie machen wir das jetzt kaputt? Warte mal. Ja. Okay. Wir müssen den wegballern, da. Der hat Angst, guck mal, der zappelt. Und. Und. Rung. Er darf dem Jedi nicht helfen, zu entkommen. Verstanden. Hä? Ich würde den wegballern. Ja, diesen Wookie erreichen wir werden. Aber wachsam hier müssen bleiben. Was bringt ihr das jetzt hier? Okay. So, ähm, dann müssen wir hier runter, mir scheint. Sag mal, das ist aber frech von dir. Fortschrittlicheren Mechanismus wir schaffen müssen. Tu ja, tu ja. So, ihr Wookie. Und jetzt wird die schoben. Jetzt sind wir ein Karussellbremser, guck. Da, 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 da. Alles wieder da. Ähm, wo könnte er losgehen, wa? Kommt, Jungs. Wir machen Sachen. Ah, Trampolin. Wir sind da oben hoch, okay. So. Dann sollen wir uns hier runter angeln, oder wat? Krass. Joda ist so ein richtiger Typ, ne? Der kann einfach alles. Der hängt ja da oben am Baum fest. Aber hier sind die Frames irgendwie Käse. Krass. Ah, die Filmsequenzen hier, die sind ja einen schönen komik. Da ist ein Ei. Ein Dino-Ei. Äh, hör doch zu schießen hier. Hahaha. Uch, entschuldig. Es sehen, ich kann. Es runterbringen, wir werden. Da, 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 da. Kann der hier was machen? Außer kaputt? Okay. Dann bauen wir die hier schnell wieder zusammen. So, da wir immer runtergefallen sind, haben wir sehr viele Coins verloren, glaube ich. Heißt, wir müssen wieder aufarbeiten, was wir einigerissen haben. Huch. Hey, warte mal, wo sind die hier? Sie ist, äh, wenigstens ein bisschen. Also, alle werden wir sowieso nicht wieder kriegen, aber ein bisschen. So, aber ich muss sagen, ich finde die hier voll cool. Die macht so. Also, die Maps sieht gut aus. Finde ich schon sehr ansehnlich. So, warte mal. So, schmeiß ja erst ein Schwert, edler Recke. Deco, ich hab die Bombe gezündet. Ah, krass. Wo kommt denn hier noch alles raus? Na, das lohnt sich aber. Dann sind so unkrautern auch weg, oder? Wir sind so hochgradig unnütze bei so einer Wookie-Rettung, oder? So, wie es hier aussieht. Warte mal, wo sind die was mitbauen? Hier war da was mitbauen. Da. So, der hängt ja um den Baum fest. Warte mal, wo war das hier? Da. Also, ich hätte zumindest gerne eh ein Kyber-Kristall hier, mit Coins. Wieder kurz davor, oder? Kann ja nicht mehr allzu lange dauern. Ist nämlich gleich, wirklich gleich voll. Oh, jetzt wird geschossen. Von wo denn? Wer denn? Krass, hier will ich spallern. Können wir irgendwie den Baum verlegen? Warte mal. Du. Reiß ihn runter, den Jungen. So, damit hätten wir eh ein Kyber voll. Irgendwo müssen wir uns bauen, oder? Weg da. Guck mal, das zeugt ihr, die spawnt nicht. Heißt, wir müssen hier irgendwas bauen. Hier. So, warte, das ist das für ein Ding? Krass, Ramme. Sehr cool. Jetzt müssen wir hier raus, weil andere bauen. Dass wir hier über den Fluss kommen, oder? Das ist das ein Ding. Gut drin. Ja, wie cool ist das denn? Oh. Leider runtergefallen. Und jetzt? Hä, warte mal. Okay. Das brauchen wir, ne? Oh, Entschuldigung, war der nur ihr? Alles klar. So, und jetzt? Da ist Ruhe, da unten. Huh. Okay, die kann man auch schön zerlegen, ne? Oh. Was ist denn jetzt los? So, warte mal. Wir müssen... Wo sollen wir? Was machen wir? Hier, da, 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 ne? Okay, du. Nee. Alles klar, wird doch immer weh gemacht. Krass, voll den Ultra-Move. Übelst den Ninja-Style. Wir haben eine Brücke gebaut. Jetzt aber wie lange geht denn die Tür? Einen Weg nach oben finden wir müssen. Das ist ein blauer. Unsere Geist und Körper benutzen wir werden. Ja, man, geil! Davon hat man aber noch nicht so oft und so viele. Sehr, sehr schön. Okay. Jetzt müssen wir hier rumwürfeln, oder was? Nee. Doch. Nein. Jetzt ist die Fallschule offen. Aber noch nicht richtig. Der muss da drin, okay. Und jetzt? Oder muss der... Ah, das ist quasi... Jetzt habe ich verstanden, alles klar. Dass wir da oben durch den Baum kommen. Okay, okay. Ja, das macht Sinn. Nee, warte mal. Und jetzt? Nee, das ist ja falsch. Aber so wollen die das doch. Ach, Leute, ich hast ja so eine Rätsel. Kann der Dicke hier auch ruf? Der Kleine? Hier vorne. Na klar. Jetzt fällt der Große aber um. Müssen wir den jetzt da hinstellen? Wird er sagen, hä? Du musst irgendwie andersrum auch gehen. Na bitte. Schwingen! Schwinger! Schwinger, können wir nur hochkrabbeln? Nee, wir können aber loslassen. Ist ja wieder dumm. Mann, da war noch ein blauer. Jo. So, ein paar Coins haben wir noch. Allihopp. 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 Wo drüber? Und wir haben sie schafft. Und hoch. Und Abflug. Ohne Handschuh. Wisst ihr, brennt an der Finger? Ei, 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 ei. Aber der hat ja nur drei. So. Komm her, Junge. Wir haben das Ei. Er klingt ja ein schön grimmig, der Onkel, ne? So. Lebt wohl, Tafoul. Lebt wohl, Chewbacca. Yoda geht jetzt in Exil. Raus da, ihr beharten Dinger. Ohne Abschiedskuss. Na toll. So. Siehst du, Yoda ist schon mal weg. Der Jedi-Tempel brennt. Ist doch alles nach... Oh. Wenn Malpult... Wie viele der Jedi haben sonst noch überlebt? Gehört von niemandem. Wir haben. Hallo? Eine Antwort erwünscht sie wäre. Wenn diese Nacht nicht ankommt, zurückrufen sie. Hm? Leer der Jedi-Tempel ist. Besorgt ich nun bin. Vernichten die Sith. Wir müssen. Das hast du gut gemacht, mein neuer Schüler. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Nutze deine Gefühle, Obi-Wan. Dann entfinden du wirst. Genau. Meister Jedi. Wir hatten das Schlimmste befürchtet. Senator Organa. Meister Kenobi unterstützen ihr könnt. Kommt. Dem Imperator einen Besuch wir abstatten müssen. Drüdenangriff auf die Wookies. Level abgeschlossen. Das fand ich ganz schön umfangreich. War aber cool. Hat Spaß gemacht. Na, wir haben nur eh, ne? Wir haben sehr viele Punkte verloren, weil wir öfter mal Truffiang sind. Aber... Naja. Viel Fliegermeilen haben wir gekriegt. Guck. Und ein Minikit. Vor und fünf. Hm. Hat wieder geklappt. Naja. Charaktere und Chiffre? Ja, nischt. Doch, warte mal hier. Klar. Der Vater wird in seinem Büro beim Senat sein. Dann zum Senat. Wir schnell müssen. Schnell, wir müssen das. Kurze Beine. Ich hab. So, dann machen wir beim nächsten Mal, Leute. Ähm. Ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wird langsam interessant, ne? Gucken wir mal. Ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht keinen Quatsch. Und red die haut. Ciao.